Die Norma Group steht für Verbindungstechnologie. Wir haben 4.400 Mitarbeiter, weltweit über 20 Standorte, aus denen wir Kunden in über 90 Ländern beliefern. In 2011 lag unser Umsatz bei 581 Millionen Euro. Die Branchen, die wir beliefern, sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Schiffsindustrie. Globale Zusammenarbeit und Vernetzung ist bei uns sehr wichtig. Wir sind allein im letzten Jahr um ca. 20 Prozent gewachsen vom Umsatz her und von den Mitarbeitern. So hat es sich seinerzeit gestaltet, dass das Wissen in verschiedenen IT-Systemen an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt lag, aber zunehmend Mitarbeiter von anderen Standorten in der Welt Zugriff auf dieses Wissen haben mussten. Bei unserem ersten Termin fanden wir eine heterogene Serverlandschaft vor, bestehend aus über 100 verschiedenen Serversystemen mit diversen Storage-Plattformen. Unsere Aufgabe war es, diese verteilten Systeme auf eine Plattform zu zentralisieren. Norma, die Verantwortlichen, haben eine Vision. Die Vision besteht daraus, ein weltumspannendes Netzwerk für die User aufzubauen. Die Anforderungen an das Projekt waren Skalierbarkeit, Flexibilität, eine 1-zu-1-Spiegelung, das heißt eine Datensicherheit und eine einfache Administration. Diese Anforderungen konnten nur eine der zu 100 Prozent erfüllen. Zum Einsatz kommt ein FAS 3140 Metro Cluster, ein 3210 Backup-System, diverse Snap-Manager-Produkte und Snap-Protect für die entsprechende Bandsicherung. Im zweiten Step werden wir mit ebenfalls einem 3000er-System, dadurch, dass es sich hier bewährt hat, im Rechenzentrum in Singapur eine ähnliche Installation aufbauen. Das Schöne bisher aus dem Projekt heraus war wirklich, dass alle Anforderungen, die wir uns am runden Tisch ausgedacht hatten, am Ende umsetzbar waren und das auch noch ohne Probleme. Seitdem wir die NetApp-Systeme im Einsatz haben, hat sich die Effektivität und die Effizienz wesentlich gesteigert. Wir sind nun in der Lage, zusammen unsere Arbeit zu erfüllen. Wir können gemeinsam planen und können die Anforderungen, die an uns gestellt werden, gemeinsam und flexibel umsetzen. Das Produkt ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Das muss beides zusammenpassen. Und das lief mit NetApp über die ganzen Jahre hinweg absolut störungsfrei und zu unserer vollsten Zufriedenheit. NetApp macht für mich aus, dass ich das Gefühl habe, verstanden zu werden. Ob es um große Projekte geht im Rechenzentrum oder ob es eben nur ein kleines Storage-Device für einen kleinen Standort ist. Ich sehe sowohl mit der Firma Crimson als auch mit NetApp sehr positiv in die Zukunft, weil ich weiß, dass ich mich auf das Know-how und die Erfahrung vollstens verlassen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020